Ich lächle dann immer nur freundlich und mache meine Arbeit. Grüß Gott, liebe Marie-Luise Marian, herzlich willkommen in Mönchen. Es ist mir eine Freude. Ich will den Zuschauern gleich mal erklären, die kennen mich ja als einen, der nicht so gern viel herumduzt. Aber wir beide kennen uns ja schon seit Jahrzehnten und deswegen sagen wir du zueinander. Also Liebe. Danke herzlichst für die Einladung. Ich bin gerne hier und freue mich, dass ich also in diesem wunderschönen Haus dein Gast sein darf. Ich möchte mal am Anfang über Entzug reden. Ich kenne so viele Leute, die haben Lindenstraße Entzug, die haben ein Loch am Sonntag, die vermissen die Serie, die vermissen Mutter Beimer, eine legendäre, berühmte Rolle. Hast du auch Entzug? Fehlt dir auch was? Ja, im gewissen Sinne die Arbeit, die fehlt mir. Diese tägliche oder öftere Arbeit mit den Kollegen, das ist ja ein Leben. Es ist ja nicht so, dass man irgendwo hingeht, eine Theke und was verkauft, sondern man lebt ja mit den Menschen. Und das ist schon schade, dass das einfach nicht mehr ist. Da muss man sich andere Kanäle suchen oder andere Möglichkeiten der Kommunikation und des Miteinanderseins. Aber das ist so gewachsen über 35 Jahre und das kann man schlecht ersetzen. 1985 hast du angefangen. Ich habe gehört, eigentlich gibt es ja einen interessanten Konflikt zwischen Köln und München. Die Serie kommt aus Köln. Ihr habt auch immer in Köln gedreht, aber angeblich, scheinbar, spielt sie ja in München. Sie spielt in München. Sie spielt in München. Man sieht ja auch die Frauentürme von der Kirche, also von der Frauenkirche. Ein kleiner filmischer Schwindel. Nein, es sollte ja ursprünglich gedreht werden in München, aber die Bavaria wollte es nicht haben. Ein schwerer Fehler. Das sieht man erst hinterher an. Wenn man also etwas beginnt, weiß man ja nicht, ob es ein Erfolg wird. Und dieses Risiko einzugehen, den Mut haben eben nicht viele, dass sie auf etwas vertrauen und sagen, also ich glaube an den Gedanken, ich glaube an dieses Werk, das wird. Und das haben die wenigsten. Und damals hat eben der WDR gesagt, gut, wir machen das jetzt, aber dann möchten wir auch, dass es in Köln gedreht wird. Damit wir unsere Arbeitsplätze besetzen, also unsere Techniker. Und es war ja immer so eingeteilt, dass die Technik vom WDR kam, die künstlerische Seite von Hans Geisendörfer. Und wir waren, wir Schauspieler waren bei Hans Geisendörfer engagiert. Nicht beim WDR. Der Hans hat eine Firma, die G und F, also GGF, ja, Geisendörfer Film und Fernsehgesellschaft gegründet. Denn wenn wir beim WDR gedreht hätten und über 25 Jahre, dann wären wir pensionsberechtigt. Oh, das wollten die nicht. Die wollten die Altersversorgung sparen. Ich habe ja gehört, es sollte ja nicht nur in München gedreht werden, sondern die Mutter Beimer sollte ursprünglich auch bayerisch reden. Hättest du bayerisch reden können? Für ein Fernsehspiel hätte ich es mir antrainieren können, aber nicht für eine Serie, die über Jahre läuft. Da hätte man das früh oder später gemerkt und das wäre ein Schwindel, das will ich nicht. Aber ich habe Hans Geisendörfer einen Vorschlag gemacht. Ich habe gesagt, Hans, wenn du eine volkstümliche Figur haben möchtest, dann kann ich dir mein Ruhrdeutsch anbieten. Ich bin ja ein Mädchen aus dem Ruhrgebiet und ich habe ja auch Tour de Ruhr gedreht. Ich habe hier gerade die Rolle bekommen, weil ich Ruhrdeutsch spreche. Ich bin ja da aufgewachsen. Und dann hat er gesagt, machen Sie mit der Rolle, was Sie wollen, nur spielen Sie sie. Ja, das hat er aber gut ausgesucht. Da waren ja viele Frauen im Gespräch. Da gab es ein großes Casting und Massenprobiereien und dann hat man Marie-Louise Marjan genommen. Das ist eine sensationelle Entscheidung gewesen. Du bist gar keine Mutter, du hast keine Kinder, du verkörperst aber die Mutter so stark, dass du überhaupt die Mutter der Nation geworden bist. Wie hat das mit deiner Mentalität und Herzlichkeit zu tun? Also erstmal bin ich eine Schauspielerin. Also wenn ich jetzt eine Generalin spielen möchte, dann würde ich all das aus mir herausholen, was eine Generalin ausmacht. Wenn ich eine Mutter spiele, hole ich all die Eigenschaften aus mir heraus, die mütterlich an mir sind. Wenn ich eine Femme Fatale spiele, hole ich die Eigenschaften wieder aus mir heraus. Die muss man natürlich abgrenzen. Man kann dann auch Mutter bei, man musste abgegrenzt werden. Die musste halt in ihrem Milieu, konnte sie die Königin sein, in ihrem Hausfraumilieu, in ihrem Dasein. Aber sie durfte sich nie so verhalten, dass man denkt, die unterhält ja ein Reisebüro und die könnte ja auch ein Großkonzern leiten. Das wäre dann falsch. Das wäre dann nicht mehr Mutter bei mir. Ich habe auch mal, ich kann mich erinnern, ich mache immer ab und zu so Kuren, damit ich ein bisschen abnehme und ein bisschen schlanker bin. Und da hatte ich auch einmal abgenommen und dann hat ein Taxifahrer mich heimgebracht und da hat er gesagt, hören Sie mal, was ist denn mit Ihnen los? Sie sind dünn geworden, da ist aber nie mehr Mutter bei mir. Also es verbindet sich sozusagen auch ein äußeres Bild mit der Mutter bei mir. Du hast gerade zum Vergleich ein paar Rollenfächer erwähnt, die Van Fertal, die Generalin, die Chefin. Das erinnert natürlich daran, dass du, bevor du diese endlose Erfolgsserie gedreht hast, an vielen Theatern engagiert warst. Da gab es ja keine Mutter bei mir zu spielen. Ja, das war Bochum. Ich habe angefangen in Basel. Dann habe ich eine Tournee gemacht mit Maria Becker-Wilquartflick durch die ganze Bundesrepublik. Das fand ich sehr aufregend. Dann kamen vier Jahre Staatstheater Karlsruhe. Dann zwei Jahre Theater der Stadt Bonn unter Pempelfort in einem schönen großen neuen Haus, 1000 Mann. Dann kamen Schauspielhaus Bochum. Zwölf Jahre, sechs Jahre Schaller, sechs Jahre Zadek. Dann kamen Talia. Die Menschen sind ja damals nach Bochum hingepilgert. Ich bin auch oft nach Bochum gefahren, um dort Theateraufführung zu sehen. Und ich weiß jetzt nicht, wie die mit der Tradition umgehen. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich zwei Stühle bezahlt habe im Bochumer Theater, wo mein Name tritt. Für ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber Bochum war großartig. Was hast du, welche Rollen hast du da gespielt? Ach, da kann ich dir die ganze Liste vorlesen. Aber erst mal, ja, ich sag, fang mal so an. In Bonn hatte der Pempelfort mir einen Vertrag gegeben als schwere Sentimentale. Rose Berndt, solche Sachen. Und am Schauspielhaus, da gab es die Fächer nicht mehr in Bochum. Da wurde man einfach besetzt mit Hauptrollen, mittleren Rollen und kleineren Rollen. Der Schaller hat immer sehr viel Wert auf ein Ensemble gelegt. Wenn man ein Stück spielte und man spielte die Hauptrolle, früher bekam man Rollenbriefe, dann stand da drin, du spielst Käthchen von Heilbronn, aus, fertig. Wenn man eine kleine Rolle spielte, dann kriegte man so einen Rollenbrief, wo drin stand, wie wichtig man ist, wie unerlässlich diese Besetzung ist mit der kleinen Rolle, weil sonst wäre das Niveau der ganzen Vorstellungen würde also nicht eingehalten. Das heißt, der Schaller, Hans Schaller, hat also die Psyche der Schauspieler gefüttert, um ihn im Mut zu machen und zu sagen, du bist Teil eines Ensembles. Und nur das gesamte Ensemble kann diese Vorstellung zum Erfolg führen. Und das fand ich toll. Also heute heißt es, naja, das ist aber großartig. Ich habe Schaller-Inszenierungen als Gast in Darmstadt gesehen. Da gab es eine enge Beziehung mit Darmstadt-Bochum. Ich war da als Statist am Landestheater tätig und durfte da für zwei... Ja, du hast ja viel Theater gespielt. Du hast ja viel Theater gespielt. Naja, jetzt habe ich, aktuell habe ich den Tod im Jedermann gespielt und den Churchill und was nicht alles. Aber wir wollen ja von Marie-Louise Marian reden. Denn diese Frau Beimer hat sich ja weiterentwickelt in den 35 Jahren. Wenn es da einen Rollenbrief gegeben hätte, konnte man gar nicht vorhersehen, was da alles durchgemacht hat. Ja, weil ich mich auch gewehrt habe. Ich habe gesagt, Hans, das ist mir zu langweilig, also immer nur ein Hausfrau zu sein. Und selbst da habe ich immer versucht, also Farben reinzubringen in die Rolle, damit es nicht langweilig wird und nicht eingleisig wird. Also immer wieder versucht, Gründe, ich kann mich erinnern, meinen Onkel musste ich ja rausschmeißen als Helga Beimer, der Wittig, eine alte Nazi. Und ich glaube, 20 Mal musste ich ihn rausschmeißen. Da habe ich gedacht, ich muss mir immer was ausdenken, auf welche Weise ich ihn rausschmeiße. Immer wieder was anderes, eine andere Stimmung reinbringen, eine andere Möglichkeit, einen anderen Grund finden, damit es nicht langweilig ist. Das ist wiederum die Erziehung von Professor Eduard Marx in Hamburg, wo ich auf der Schauspielschule war. Und ein berühmter Schauspiellehrer, der auch eine tolle Stimme hat. Ja, und im Grünkens Ensemble war. Und wir haben als Schauspielschüler noch in Faust 1 und Faust 2 mitgespielt, bei Grünkens, unter Grünkens noch. Also ich habe Grünkens noch live erlebt, auf der Bühne, als Mephisto. Dann gab es ja auch den Grünkens Film. Der Mephisto an sich, mit Quadflikerns Faust, habe ich auch auf CD großartig gesprochen. Dann kannst du mich sehen, da war ich als Schauspieler im Osterspaziergang, in der Walpurgisnacht, als irgendeine Hexe. Müssten wir zusammen angucken, dann muss ich sagen, das bin ich, sonst erkennst du mich nicht. Und das fand ich so interessant. Dann waren wir bei den Filmaufnahmen aufgereiht, im Wandsbeck, in dem Studio. Und ich stand ganz hinten in der letzten Reihe. Wir hatten so ein ausgeschnittenes Kostüm, so ein Fellkostüm. Und dann kam der an Kopf drauf. Aber hier war er erstmal frei. Und da hatte ich ein kleines Kettchen um, was ich immer getragen habe. Und der Grünkens stand davor und inspizierte die Reihen so. Auf einmal hielt er inne, ging durch die Reihen auf mich zu, stand vor mir und sagte, das Köttchen, das nimmst du aber ab. Da habe ich gedacht, das gibt es nicht. Was sieht der Mann? Das habe ich nie vergessen. Da habe ich gedacht, wie aufmerksam, wie präzise er ist. Er hat ja auch etwas unglaublich pedantisch und akribisch in seiner Arbeit. Und präzise. Und das, finde ich, macht auch ein Künstler aus. Das erlotet. Das haben wir beim Eduard Marx gelernt. Also nie an der Oberfläche zu sein, sondern sich Gründe zu suchen. Immer zu warum, wieso, um dann das tiefer zu machen. Die Lebensgeschichte, die man nicht kennt, mitspielen. Das ist es, ja. Das habe ich auch in Hollywood gelernt. Bei Straßberg habe ich auch Seminar gemacht. Das haben wir ja damals, war Straßberg in Bochum. Bist du aus eigenem Ehrgeiz nach... Nein, wir sind hier zusammen. Nein, nein. Straßberg war eingeladen. Wir hatten ja internationale Regisseure in Bochum. Damals in der Zeit, als Schaller nicht mehr da war, zur Zeit von Sadek. Da kamen also Leute aus Regisseure aus Norwegen, aus Frankreich, aus Griechenland. Von überall her. Mit Arabal habe ich gespielt, Maria Schell. Und die sprachen zum Teil gar kein Deutsch. Aber das Ensemble wusste, was er meinte. Und dann haben wir das gespielt. Und dann wurde nur noch es gerichtet. Sadek hat ja auch nie Regie geführt. Sadek hat beobachtet. Er hat uns animiert, aus sich rauszugehen. Und dann hat er genial es zusammengesetzt und komponiert. Also darin war er am Meister. Ja, ich habe seine Memoiren, die sind sehr spannend. Ich habe jetzt gerade, das war überhaupt nicht vorwurfsvoll, gesagt, dass du keine Kinder hast und trotzdem eine perfekte Mutter darstellt. Du hast aber Patenkinder in aller Welt. Die Organisation heißt Plan. Jetzt hast du da nicht irgendwie Geld hingeschickt, wie das viele tun und gehofft, dass es verwandt wird. Du bist auch hingefahren. Wo warst du denn für deine Patenkinder? Ja, erstmal muss man dazu sagen, Plan International ist ja damals gegründet worden von einem Journalisten. Und der hat aus dem Schwanischen Bürgerkrieg die Kinder nach Holland gebracht. Und dort gab es Foster Parents. So ist das Ganze gestartet. Und dann hat man gesagt, wir müssen etwas tun vor dem Krieg. Nicht hinterher, sondern damit es gar kein Krieg entsteht. Und haben dann in den einzelnen Ländern gearbeitet und haben gesagt, wir müssen den Menschen dort eine Zukunft geben. Und damit die bleiben können und sich eben nicht auf die Flucht begeben, wie das jetzt immer passiert ist. Und haben dann diese Planpatenschaften eingeführt, dass man ein Plankind übernehmen kann. Jetzt 25 Euro war es damals im Monat, jetzt sind es 28. Und da habe ich natürlich werbend immer die Trommel gerührt und gesagt, also für 28 Euro kriegt man ja nicht mal ein Abendessen. Und man muss gar nichts opfern. Man kann also wirklich gerne. Welche Länder bist du gefahren, um diese Kinder zu besuchen? Das erste war in Indien. Da war die Solohana Matra, das kleine Mädchen. Dann kam Sri Lanka, der Sunil Ratne. Dann kam Vietnam, kleine Yen. Oh, die Vietnamesen, die waren schnell. Die haben also sowas von gearbeitet. Tag und Nacht, wenn wir da raus von Inse Fields, da waren wir uns 12 Uhr nachts vor oder morgens um 6 Uhr. Da waren die immer am Arbeiten, unentwirkt. Kein Wunder, dass sie die Amerikaner besiegt haben. Also wirklich, das ist unglaublich. Dann kam Paraguay, Fabiola Caballero. Das war ein Ernährungsprogramm. Und dann kam Haiti. Das war sehr kompliziert, weil die Frauen überhaupt nicht anerkannt werden. Die haben überhaupt keine intime Atmosphäre. Die haben da Häuser gebaut mit Löchern drin. Das sind die Fenster. Kein Vorhang, nichts, gar nichts. Die Männer gehen da vorbei. Die haben zig Kinder von unterschiedlichen Männern. Und es wird auch nicht darauf geachtet. Man lebt so, wie man meint. Oder wie die Männer glauben. Das ist sehr kompliziert in Haiti. Und dann waren wir gleichzeitig auch in der DomREP und haben ein Programm gemacht, um die jungen Männer umzuerziehen. Das sind ja alles Machos oder Machos. Und haben einfach versucht beizubringen, dass man ein Mädchen, dass ein Mädchen auch auf Augenhöhe mit einem Mann kommunizieren kann und genauso viel wert ist wie ein Mann. Und dass man nicht das Vorbild der Eltern nimmt, weil der Vater behandelt die Mutter schlecht. Und genau dieses Muster übernehmen die Kinder. Und dass das nicht in Ordnung ist. Wir haben versucht, über Theater spielen, das ihnen beizubringen. Und die haben uns auch vorgespielt. Dann wussten wir genau, was in den Familien los war. Wann war die letzte Reise? Die letzte Reise ist natürlich schon länger her. Weil dann kam noch Mosambik. Das muss ich noch dazu sagen. Das ist das letzte Mädchen. Da war erst ja die Flut, die große Flut. Und das Erdbeben. Und dann haben wir später das umgewandelt in Patenschaften. Weil das war ja erst mal alles kaputt. Dann musste man das aufbauen. Und das habe ich dann jetzt noch. Jetzt habe ich noch zwei. Die kamen dann nacheinander, wenn die Patenschaftszeit abgelaufen ist. Dann zieht sich Plan raus aus dem Dorf und geht in ein nächstes Dorf. Dadurch sind die alle vernetzt, diese Dörfer. Großartig, ja. Und vor allen Dingen, die haben ja so Filzdirektoren. Das sind alle studierte Leute. Die haben einen diplomatischen Rang und bleiben nur vier Jahre in einem Land, um dann in ein anderes Land zu gehen. Und damit auch keine Verfilzungen entstehen. Und ich weiß, in Afrika, wo wir waren, in Burkina Faso, waren wir auch noch mal. Da habe ich zwar kein Patenkind, aber wir haben das als Projektreise gemacht. Da haben wir einen Vortrag gehalten über Familienplanung. Und ich habe das also auf Englisch gesagt und der Leiter musste das übersetzen. Und ich sage zu ihm, ich sage, sagen Sie mal, ich habe aber das Wort Kondom nicht gehört. Und dann sagt er, nein, das darf ich nicht sagen, das wollen die nicht haben. Ja, ich sage, das ist aber der Sinn des ganzen Vortrages. Es geht doch um diese Familienplanung. Es geht darum, dass es einfach eingegrenzt wird. Und da muss man solche Vorkehrungen treffen. Man muss die Leute aufklären. Ja, war eigentlich der Vortrag umsonst. Das ist sehr schwer. In diesen Ländern ist es sehr schwer, die Menschen zu überzeugen. Ich sehe, du bist gut beschäftigt. Wie bist du denn durch die Corona-Krise gekommen? Mit Einsamkeit, keine Auftritte. Freundschaften. Ach gut, ich habe, wenn ich ehrlich bin, eigentlich genauso gelebt wie vorher. Das heißt, ich habe mich um meine Sachen gekümmert, gelesen, Romane gelesen, wieder Ideen umgesetzt und meinen Haushalt mal ein bisschen aufgearbeitet. Dann habe ich mich um Bodo gekümmert. Der war ein bisschen krank, nicht ein bisschen, sondern sehr krank. Was müssen wir den Zuschauern erklären? Das ist dann Bodo. Das ist mein Lebensgefährte. Nein, 39. 39 Jahre. Gerade diese Fernbeziehung. Er war Theaterbeleuchter in Hamburg. Du immer in Köln beschäftigt. Ja, genau. Und warum musstest du dich um ihn kümmern? Weil er dann doch sehr krank geworden ist. Er hatte eine große Herzklappen. Zwei Herzklappen wurden operiert und Schlaganfall. Aber das hat er alles wunderbar in den Griff gekriegt. Und er war ja noch zu meinem 80. Geburtstag top drauf. Und dann ein Jahr später hat er... Ich hatte ja die Freude, bei deinem 80. Geburtstag dabei zu sein. Ja, du warst immer bei meinen großen Geburtstagen. Das werde ich nie vergessen. Aber immer habe ich mit dir gefeiert. Ich hoffe auch, dass du mit mir feierst. Ja, sehr. Aber er ist gestorben, habe ich gehört. Ja, er hat einen Herzinfarkt gekriegt. Ja, es war furchtbar für mich. Es war so eine Schockstarre. Es ist... Weil es... Ich wusste, dass er krank war. Aber wenn das dann passiert, dann glaubt man es nicht. Dann denkt man... Nein, der kommt gleich um die Ecke. Kommt gleich wieder zur Tür rein. Weil wir ja so gelebt haben. Und wir haben ja nicht jeden Tag zusammen. Aber man fährt zehn Tage hintereinander. Dann war ich bei ihm. Das heißt in Hamburg. Dann war er bei mir in Köln. Und so haben wir uns abgewechselt. Und das war für die Berufe sehr gesund und gut. Vielleicht hat er im Alter ein bisschen mehr Nähe gewollt. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht mehr fragen. Aber es war dann letztlich dieses Endgültige. Das begreife ich bis heute eigentlich nicht. Du hast gerade gesagt, du hast dich in der Corona-Zeit um deinen Haushalt gekümmert. Du wohnst seit Jahrzehnten in Köln. Seit 31 Jahren, ja. Und da habe ich ein Gerücht gehört. Gibt es ein Problem mit der Wohnung? Ja, gibt es ja. Ich soll ausziehen. Investor hat das Haus gekauft. Und jetzt suche ich eine Bezahlbare Wohnung. Da machen wir jetzt mal richtig Werbung. Marie-Louise Marian sucht eine Wohnung. Wo kann die sein? In ganz Deutschland? Ja, also eigentlich da, wo es ruhig ist, grün ist, wo nette Menschen sind. Und wo man eben mit dem Beruf, also nicht abgehängt ist, sondern auch die Möglichkeit hat. Also lieber in der Großstadt? Am Rande vielleicht. Oder in einem stillen Zettel. Wir müssen das wie für einen Makler ein bisschen präzise formulieren, ja. Wie viel Zimmer soll es sein? Naja, ich habe drei Bücherwände. Bücher sind beim Umzug das Problematischste. Da weiß ich, wovon ich rede, ja. Ja, aber ich liebe Bücher. Ich habe selber acht Bücher, zum Teil als Autorin, dann als Herausgeberin. Und, also ich habe immer einen Verleger gehabt, also Ulstein Verlag und jetzt hier unser Lübbe Verlag, Lingen Verlag, SGV Verlag. Also über die Bücher, ich möchte mal ein bisschen penetrant mit der Wohnung noch bleiben. Ja. Also es soll am Rande einer Großstadt sein, vier Zimmer. Ja, das braucht man schon, ja. Ja. Wenn ich nur vier Zimmer für die Bücher, auch für mich, also. Für die ganze Runde, ja. Und, welche Städte kommen in Frage? Ja, im Grunde. Du bist nicht an Köln gebunden, oder? Nein, das bin ich nicht. Also natürlich, das wäre schon Hamburg, Köln, München, das sind ja die großen Städte, wo auch die Musik spielt, also wo sehr viel produziert wird. Ja, die Musik spielt, weil du weiter mitspielen möchtest. Auf jeden Fall, ja. Weil du mit deinen flotten 80 Jahren noch fit bist, du kannst noch gut Texte merken, kannst spielen, ja, das ist so großartig. Welches ist jetzt, zurück zu den Büchern, welches dieser Bücher ist dein Personal? Ein persönlicher Bestseller. Wie ich gemacht habe? Ja. Ja, meine Biografien. Ich habe ja zwei Biografien geschrieben, eins bis 60, bis zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes durch Herzog, erster Klasse. Und dann passierte ja so viel in meinem Leben. Ein unglaublich spannendes Leben. Wir haben im Sonntagsstammt, ist im Rundfunk mal ausführlich drüber gesprochen, einen weißen Kind an die Familie gesucht, einen Bruder gefunden. Genau, einen Vater gefunden, aber stand vor seinem Grab. Also gefunden, aber nicht gefunden. Wir verraten jetzt auch, dass du ursprünglich Wienkötter hießt. Und wie war der Vorname? Ja, meine Mutter hieß Hildegard Wienkötter. Und ich bin ein uneheliches Kind. Ich bin ein Kind der Liebe. Und das ist wunderbar. Dazu stehe ich auch. Und ja, dann habe ich Gott sei Dank wunderbare Eltern gefunden. Die haben mich gefunden und die haben mich großgezogen. Und die Mama ist aber schon gestorben. Und da war ich 17. Zu deiner Aktivität. Du bist unterwegs mit Krimi. Leser. Ja, und zwar, das sind Geschichten von Ralf Kramp aus der Eifel. Das sind Kurzgeschichten, Kurzkrimis. Sehr charmant zum Schmunzeln. Und Gedichte immer abwechselnd. Und dann spiele ich Morricone ein. So als Stimmungsmacher, dass er eine Stimmung hat. Das ist so großartig. Das Filmkomponist, ja. Ja, großartig. Das bringt so die Stimmung. Und alles dann in Rot getaucht, Rot-Schwarz angezogen. Und es ist sehr zum Schmunzeln. Es ist sehr lustig. Es ist so, ich sage ein kleines Beispiel. Also, Verzweiflung. Du wirst es nicht glauben. Ich suche seit Monaten den Mörder meines Mannes. Es ist nicht zum Lachen. Keiner will es machen. Lache ich aber trotzdem. Ja, das, also so in der Witzigen. Da wir uns so lange kennen, weiß ich auch, dass du ein Zeitgenosse bist, der sich sehr genossint, 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 wir gendern hier nicht, ja. Der sich auch für Politik interessiert. Und du stehst bald vor der Wahl, eine Wahlstimme abzugeben, Erststimme, Zweitstimme. 26. September, hast du dich schon entschieden, wie du bist? Ja, ich wähle, mein Leben lang wähle ich immer die gleiche Partei, weil ich mit Genscher befreundet war. Ja, das ist doch schön, dass er dadurch in Erinnerung bleibt. Ja, wir sprechen das offen aus, das sind die Freien Demokraten, wo ja zurzeit die Stimmung sehr gut ist. Das ist ja oft in der FDP, auch als Genscher, der beliebteste deutsche Politiker war, Nummer eins. Jetzt zittert die FDP um die 5 Prozent herum, jetzt zittert sie, ob sie zweistellig bleibt, das sind natürlich ganz andere Zeiten. Ja, andere Zeiten. Du hast ihm selbst geholfen, aber auch der FDP oft. Ja, es hat sich so ergeben und ich muss sagen, ich bin ein liberaler Mensch, ich denke liberal und ich fühle auch, aber es ist natürlich schwierig, neben der CDU, die ja auch die ähnlichen Themen belegt. Ja, sehr gut, also für, ja, ja, sehr gut, der war ja auch auf, also, ich wurde ja nochmal eingeladen zu einem Treffen im WDR und da hat er mir offiziell nochmal vor allem nochmal gratuliert zum 80., Blumenstrauß überreicht und ich kenne Laschet schon, da war er noch ein normaler Bundestagsabgeordneter, also seit, über den WDR. Es gibt viele Leute, ich hatte kürzlich einen Gast hier, der kennt ihn jetzt sehr gut, der sagt, ich habe ihn auch am Anfang unterschätzt. Ist das jemand, den man gerne unterschätzt? Das könnte sein, also ich finde ihn gut, ich bestehe zu ihm, weil ich finde, er hat sehr viel Menschlichkeit, er kennt die Schwächen der Menschen, er ist ein humorvoller Mann und er kann, glaube ich, gut balancieren, so zwischen Wirtschaft und, und, und er arbeitet ja dann auch mit der FDP zusammen. Machst du Briefwahl oder gehst du ins Lokal? Wenn, das kommt darauf an, wo ich gerade bin, weil ich habe ja jetzt meine Wohnungsnot und muss sehen, wie ich mich positioniere. Die Wohnungsnot hindern wird durch diese Sendung, ja, da werden sich Leute melden, die wollen die berühmte Frau Marjan als Mieterin haben, ja, da bin ich jetzt mal optimistisch. Ja, wollen wir mal optimistisch. Du bist der erste Gast dann bei mir in der neuen Wohnung. Also, ich bedanke mich sehr, war ein schönes, positives Gespräch, zwei ältere Menschen, ja, die es, die es noch krachen lassen wollen. Ja, auf jeden Fall, danke vielmals, dir auch alles Gute, Gesundheit und Fröhlichkeit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.